die schönste zeit des jahres die sommerferien sind vorbei und heute beginnt wieder der ernst des lebens es ist schulanfang wir haben die stuttgarter schüler gefragt ob sie sich auf die schule freuen oder doch lieber ein bisschen längere ferien gehabt hätten ich freue mich auf meinen auf einen stundenplan weil wir haben schon den neuen stundenplan bekommen ja wir machen jetzt ab wie dieses jahr also da eher weniger aber sonst man sieht hat alle freunde wieder und so meistens auf die lehrer und meine freundin ja oft egal mit ist so in der schule auf sowas aber so sonst schule nicht langweilig unser geschichtslehrer der school zur geschichte gk vielleicht ja auf die pause freue ich mich ich habe mir das ziel gesetzt in mathe nicht nur punkte zu schreiben dieses jahr eigentlich keine ich bin ganz zufrieden bis jetzt ich habe auch keine ziele ich glaube ich muss mehr mündlich mitmachen so aber halt ja und halt genug lernen also ich habe mir vorgenommen früher anzufangen zu lernen und konzentriert im unterricht zu sein weil dann würde ich es auch schaffen besser als nächstes letztes jahr ich habe mir eigentlich keine ziele gesetzt außer halt öfters in der schule zu sein und nicht so oft zu spät zu kommen das war eigentlich das einzigste